Herzlich willkommen bei Drinklink. Schön, dass du hier wieder den Weg hingefunden hast. Heute gucken wir uns an, was Nikolas Kröger zu dem Thema Rum meint. Allgemein, wie er Rum erklärt. Spaß bei diesem Video. So, zunächst mal vorab. Mir ist durchaus bewusst, dass der junge Mann, den wir uns gleich angucken werden, Nikolas Kröger heißt. Wir gucken uns an, ein Video ganz aus den Anfängen seines YouTube-Kanals. Und ich werde über die Tonqualität, über die Bildqualität und alles andere nicht großartig reden. Mir geht es nur um die Fakten zum Thema Rum. Rum, inwieweit Nikolas diese sinngemäß und faktisch exakt darstellt. Mir geht es nicht darum, ihn zu kritisieren, wie er insgesamt mit seinem Kanal umgeht. Das ist nicht meins. Es geht nur ums Faktische, was sagt er da zu seinem und meinem Lieblingsthema Rum. Das gucken wir uns einfach mal an. Rum ist so, also mein absolutes Lieblingsthema, ja. Rum ist einfach die geilste Spirituose der Welt, geschmacklich. Ja, es ist unfassbar. Also Rum ist so ein geiles Thema. Ich werde das auch ein bisschen aufteilen müssen, weil das wäre viel zu viel auf einmal. Und auf der anderen Seite, also rein geschichtlich betrachtet, ist Rum einfach die schlimmste Spirituose der Welt. Also den Schaden, den Rum in der Hinsicht eben oder Zuckerrohr eben auch angerichtet hat. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Also ich stimme Ihnen im ersten Punkt vollkommen zu. Ob es die schlimmste Spirituose ist, da gibt es noch viel, viel bösere Geschichten. Aber Rum hat im Laufe der Geschichte an der Menschheit schon eine ganze Menge Fehlern gelassen, auf jeden Fall. Aber beides hängt ja eben zusammen. Und genau, heute fangen wir jetzt erstmal wirklich mit den Basics an. Das heißt, ich werde dir ein bisschen was zur Herstellung, zur Reifung, zur Destillation etc. erzählen. Und das Ganze habe ich jetzt so aufgebaut, dass wir nicht erstmal so einen Geschichtsunterricht machen, weil so eine, finde ich immer ein bisschen langweilig, sondern, aber die Geschichte ist sehr spannend und sehr besonders beim Rum. Von daher will ich nicht auf die Geschichte verzichten. Ich habe das jetzt aber mit eingebunden. Das heißt, ich werde dir anhand von der Geschichte quasi den Anbau und die Herstellung näher bringen. Da bin ich auch gespannt. Dass das alles nicht so zu trocken wirkt. Das war so die Idee dahinter. Fangen wir direkt mal beim Namen an. Also Rum. Rum, der Name als solches ist jetzt nicht, ja, es ist nicht erwiesen, wie genau er entstanden ist oder wo genau er herkommt. Die anständigste Geschichte, sage ich mal so, heißt, dass er von Rum Bouillon abstammt. Also Rum Bouillon kommt wiederum von Rebellion, also Tumult auf Deutsch. Und mit diesen ganzen Aufständen und mit den ganzen Aufruhen daher ist wahrscheinlich so diese Verbindung. Ja, und Rum war früher, also dieses extrem rau destillierte Zeug war verrufen als Teufelstöter, ja. Und also im Englisch eben Kill Devil. Und das sind dann ja auch sehr bekannte Verbindungen, die man mit Rum und Piraten und so weiter alles immer in Verbindung... Also geschichtlich Rum Bouillon ist tatsächlich eine Erklärung des Namens Rum. Das Rum schon, das raue Ding ist, was da die Piraten getrunken haben und was dann in Hollywood und bei Disney entsprechend umgesetzt worden ist, stelle ich einfach mal so als Frage in den Raum und hinterfrage ich an der Stelle. Das ist nicht zu 100% korrekt. Denn dieser erste Rohbrand, den damals viele, viele Menschen getrunken haben, das ist halt eben noch nicht Rum. Das ist Feuerwasser. Das ist das, was die indigene Bevölkerung der USA als Abhängigkeitmachung bekommen hat, als billiges Mittel zum Austausch für teure Pelzer und Konsorten. Also da auch schon der erste schlimme Anteil. Aber wir gucken mal, was er da weiter noch erzählt. Und seit 1660 circa hat sich Rum etabliert. Also Rum, der Begriff Rum ist seit 1660 der Name, was alle da eben aus diesem Destillierten... Da würde ich mir eine Quelle wünschen. Wie kommt auf die Zahl 1660? Faktisch das erste Mal auf die Flasche geschrieben, hat das die Marke Bacardi. Und die Marke Bacardi ist nicht 1660 gegründet. Zuckerrohr Zeugs da trinken. Rum muss als Rohstoff, muss Zuckerrohr verwendet worden sein, um Rum produzieren zu können. Ausschließlich Zuckerrohr. Alles, was was anderes als Zuckerrohr verwendet, ist kein Rum. Zum Beispiel weitere Zutaten wie Arom, Stichwort Vanille oder andere Sachen, Kakao etc. pp. Dann ist es ein Spiced Rum. Ausschließlich Produkte aus Zuckerrohr. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, was du jetzt allerdings vom Zuckerrohr verarbeitest, das wiederum ist dem Produzenten vollkommen überlassen. Allein aus dem Grund sind wir da schon mal bei einer sehr schönen Vielfältigkeit. Und Zuckerrohr wiederum stammt von der Familie der Süßgräser. Korrekt. Und hat seinen Ursprung in Neu-Guinea. Und von Neu-Guinea gingst du nach Philippinen, Indien, China und so weiter und so fort. Also das finde ich schon erstmal recht erstaunlich, weil... Ja, sehr kurz geschnitten, ja. Zuckerrohr, wenn du drüber nachdenkst, es spielt sich immer alles so Karibik und Südamerika. Ja, spielt das immer alles ab. Aber nee, 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 der Ursprung kommt tatsächlich eben von dort. Und es sind die Persen, die tatsächlich eben 600 nach Christi als erstes diesen Zuckerrohr-Saft eben raffiniert haben. Also es war eine recht einfache Raffination. Und den Zucker auch wirklich viel konsumiert haben. Und das dann eben mit der Ausbreitung des Islams somit auch den Zucker verbreitet haben. Und dadurch ist dann eben der Zucker über Umweg. Nicht richtig. Der Islam in der Verbreitung ist nicht richtig. Weil der Islam kam auch erst ein bisschen später. Tatsächlich geht es um viel frühere Quellen. Einer der großen Generale von Alexander dem Großen hat schon über Destillate aus Indien geredet. Und von daher, das war weit vor 600. ... nach Spanien und somit eben nach Europa gekommen. Das ist richtig. Also nach Europa gekommen ist das Zuckerrohr, dann über die Seidenstraße, unter anderem durch die Perser und durch die Chinesen. Kleiner Ausflug dahin. Und als Kolumbus 1493 eben nochmal in die Karibik gesegelt ist, hat der Zuckerrohr Setzlinge mitgebracht, um dort eben Zuckerrohr zu kultivieren. Und aufgrund des... Es ist nicht auf der zweiten Reise gewesen. Das erste Mal Zuckerrohr ist auf der ersten Reise bereits gewesen. Da sind alle Setzlinge eingegangen. Und zwar schon auf der Reise. Auf der dritten Reise. Und damit ist es nicht 1493, sondern 1498. Das perfekte Klima dort hat sich das auch extrem schnell verbreitet. Und die ganzen Länder fingen eben dementsprechend sehr energisch an, Zuckerrohr zu produzieren. Und weil überall dort, wo Zuckerrohr wächst, wird auch Rum hergestellt. Ja, mittlerweile. Und vor allen Dingen diese ganzen... Ich überlege nochmal, ob die kausale Kette in Ordnung ist. Überall, wo Zuckerrohr hergestellt wird, wird auch Rum hergestellt. In der Karibik ist das richtig. In Asien nicht unbedingt. In Indien auch nicht. Als die in diese schöne neue Welt gewandert sind, waren alle auf der Suche nach Gold, haben aber nicht besonders viel gefunden. Und brauchten ja irgendwas zu tun und brauchten ja auch irgendwie eine Einnahmesquelle. Und somit hat Zuckerrohr tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Gold ersetzt. Und das ersetzt nicht. Es war eine der Annahmequellen. Fast alle Ressourcen aus der Karibik sind genutzt worden. Gold war schon ziemlich viel und ausreichend da. Aber eben nicht genug, um die Reisen noch profitabler zu machen. Es war halt auf den Schiffen noch genügend Platz für andere Sachen. Und die Auslastung der Schiffe, genau wie es heute auch ist, ist natürlich extrem wichtig, um die Profitabilität einer Reise zu messen. Gleichzeitig war es so wertvoll und so gefragt, dass zu seinen Höchstzeiten Zucker auch teurer war als Gold. Das ist richtig. Also sie haben tatsächlich eine Goldgrube somit erschaffen. Und das Ganze basierte aber eben noch auf einer enormen Ausbeutung. Also das war auch der Grund, warum der ganze Sklavenhandel eben etabliert wurde. Damit sich ein paar Leute die Taschen richtig schön voll machen können. Während ein extremer Großteil der Menschheit eben darunter leiden muss, dass einige ihren Tee und Kaffee dann mit Zucker konsumieren. Das ist nämlich auch etwas, was den Zuckerkonsum nochmal deutlich erhöht hat, ist eben, ja, einfach auch die, als die Menschen mehr anfingen, Kaffee und Kakao eben zu konsumieren, war eben somit die Nachfrage nach Zucker. Die Nachfrage nach Zucker war schon viel, viel früher da. Denn das einzige Süßungsprodukt zu der Zeit, als es anfing, war eben Honig. Und Honig war sündhaft teuer. Und zur Süßung war natürlich Zucker dann ein billiges Thema. Und Zucker ist halt im Belohnungszentrum des Hirns extrem wichtig. Das hat mit Kaffee und Kakao relativ wenig zu tun. Kaffee und Kakao waren weitere Export- und Luxusgüter, ebenfalls aus der Karibik. Aber da eine Kausalität herzustellen, ist nicht in Ordnung. Auch nochmal automatisch im gleichen Zuge mitgestiegen. Zuckerro ist heute die Nutzpflanze Nummer eins. Also ganz, ganz krass. Und es wird auf der ganzen Welt in den Tropen immer angebaut. Also so ziemlich breit einmal um den Äquator herum, so kannst du dir sagen. Ja, korrekt. Breit um den Äquator. Es ist die Nutzpflanze aktuell Nummer eins. Kann ich dir das vorstellen. Und wenn aus circa einem Hektar Land gewinnst du circa 100 Tonnen Zuckerrohr. Also extrem ergiebig. Und davon wiederum ist die Zuckerausbeute so ungefähr 10%. Und also aus 100 Millionen Tonnen Zucker wird jährlich produziert auf der ganzen Welt. Und davon sind 74% von der Rohrzuckerindustrie und nur 26% von der Zuckerrübenproduktion. Korrekt. Und da die größten Zuckerproduzenten der Welt sind eben das Brasilien auf Nummer eins. Ja. Indien und China. Und danach kommen Länder wie Thailand, Pakistan. Da sollte er vielleicht noch über die Statistik gucken. Da gibt es noch ein paar andere. Und die Frage ist, geht es um die Gesamtmenge? Geht es um die Menge pro Kopf? Thema ist, wer die Statistik macht, ist auch schuld oder verantwortlich dafür, diese Statistik ordentlich darzustellen. Wenn man zurückgeht auf den Pro-Kopf-Herstellungssatz, dann sind es eben nicht diese Länder. Sie sind die größten Zuckerproduzenten, was das Gesamtvolumen angeht. Ja. Pro Kopf? Nein. Da gibt es viel schlimmere Länder, die viel mehr ausbeuten. Nach wie vor heute. Japan, Mexiko, Kolumbien, Guatemala, Australien und USA. Das sind die Top Ten. Ja. Nee, das sind nicht die Top Ten. Das ist nicht richtig. Jetzt überlegen wir mal. Das Video ist ein bisschen älter. Auch damals waren es nicht die Top Ten. Auch da ist wieder, okay, sehr erstaunlich, weil mit Karibik hat das ja alles nichts viel zu tun. Und gerade Länder wie USA, China etc. hätte man jetzt so gar nicht auf dem Schirm, was diese ganze Sache angeht. Man darf an der Sache natürlich nicht vergessen, dass es nicht ein Pro-Kopf-Verhältnis ist, sondern wirklich anhand der Tonnen gemessen. Okay. Also hier sagt das. Es geht darum, es ist das Gesamtvolumen, das er meint. Aber auch da waren andere Länder in den Top Ten. Aber gut. Und somit natürlich ein immens großes Land wie China kann natürlich sehr leicht ein kleines San Lucia oder ein winzig kleines Barbados bei weitem überbieten. Da hat er recht. Also soweit richtig dargestellt. Bis jetzt also hoch zufrieden. Und das muss man natürlich nebenbei nochmal erwähnt haben. Aber nichtsdestotrotz, das sind die größten Rumproduktionen der Länder und eben auch die alles entscheidenden Länder. Das ist jetzt die Frage. Ist die Liste der Länder, die am meisten Zucker produzieren, auch die Liste der Länder, die volumenmäßig am meisten Rumproduzieren? Gucken, ob er das noch beantwortet. Nein, das ist nicht korrekt. Nicht überall, wo Zucker hergestellt wird, wird Rumproduziert. Das ist nicht richtig. Beispiel auch das größte Rumproduktionsland Indien und nicht irgendwie Kuba. Nein, das größte Rumproduktionsland ist nicht Indien. Auch nicht am Volumen gemessen. Kuba oder so, was man denken würde. Das ist bei uns allerdings aufgrund einfach der Geschichte mit dem Rum gleich Karibik und der ganzen Piraten und so weiter. Und natürlich... Und da ist wieder eine Verquickung von Rum und Piraten, die geschichtlich nicht sauber ist. Hier sollten wir ganz dringend trennen. Wir reden hier nochmal vom Feuerwasser im spanischen Aguardiente. Hat erstmal mit Rum wenig zu tun. Es ist eine Basis, eine Basis von Rum, aber bei weitem nicht alles. Anhand von sehr cleveren Marketing von einigen großen Firmen verbinden wir Rum eben eigentlich ausschließlich mit der Karibik und denken gar nicht wirklich an diesen asiatischen Raum, wobei das eben die größten Rumproduktionsländer der Welt sind. Korrekt. Gerade sagt er noch Indien und jetzt sagt er Asien. Was denn jetzt? Und welches Land denn konkret? Aktuell, wenn man pro Kopf rechnet, sind es die Philippinen. Mit ganz großem Abstand. Wohne aber auch einfach ein paar mehr Menschen und die saufen ihren Scheiß einfach alle selber. Ob man das so formulieren sollte? Ungeschickt, aber bis jetzt? Da auch immer ganz wichtig für uns kleinen Europäer eben zu verstehen. Wir spielen in der Hinsicht einfach bevölkerungstechnisch nicht eine besonders bedeutende Rolle. Korrekt. Also hier richtig. Er stellt jetzt die Filterbrille dar, wie wir Europäer die Welt sehen und wie vielleicht der Rest der Welt uns Europäer sieht. Das ist bei weitem nicht immer Deckungsgleis gleich. Weil die konsumieren einfach insgesamt viel mehr, weil sie so übertrieben viel mehr Leute sind. Nur mal so ganz nebenbei. Zuckerrohr oder die Kultivierung von Zuckerrohr bringt leider auch ein paar negative Seiten neben mit sich. Also wir reden über eine ganz extreme Monokultur. Und vor allen Dingen, dadurch, dass es ja wie gesagt Nutzpflanze Nummer eins ist, haben wir auch einfach mittlerweile einen erhöhten Bedarf an Biosprit, der damit eben abgedeckt wird. Das heißt, im Endeffekt, Regenwälder werden gerodet, um Zuckerrohr anzubauen, um daraus dann aus Lebensmitteln Sprit herzustellen. Das ist es nicht. Das ist nicht richtig. Dieser Raubbau und Abbau von Regenwäldern, da geht es eher um Mais und um Futter für Kühe und um Viehfutter. Das ist unter anderem auch Zuckerrohr, ist aber ein anderes Zuckerrohr als das, was ich für die Zuckergewinnung nutze. Und da sollte man dringend unterscheiden. Zuckerrohr ist auch nicht unbedingt nur als Monokultur, sondern kann auch als Multikultur angebaut werden. Auch das bitte nicht vergessen. Wenn man sich andere Monokulturen anguckt, die viel schlimmer für die Karibik waren, wie zum Beispiel der Bananenanbau, dann sollte man das nochmal überdenken. Denn viele, viele, viele Länder und viele Inseln in der Karibik kehren aktuell wieder zum Zuckerrohr. Zuckerrohr zurück, weil es besser ist für den Boden, weil langfristiger die Wurzeln den Boden halten, dadurch weniger Erosion, im Gegensatz zu Bananenstauden, die eben den Boden nicht halten und massiv anfällig sind für Stürme. Zuckerrohr nicht so sehr. Sturm ist nicht so schlimm für die Ernte. Ziemlich zäher Beigeschmack, sage ich mal so. Und der, um jetzt aber Zuckerrohr überhaupt zu gewinnen, also wir haben einen Setzling. Der Setzling wird in die Erde gepflanzt und wir reden über so acht Jahre, wo er ziemlich ertragreich ist und danach fangen die Erträge an eben drastisch zurückzugehen, wodurch sie nicht mehr wirklich lukrativ sind und da müssen die Setzlinge eben ausgetauscht werden. Zuckerrohr wird... Acht bis zehn Jahre, sagt man ganz grob für den Setzling, ist richtig. Aber das Zeug vermehrt sich auch wie die Hölle. Faktor zehn pro Jahr in der Fläche. Einmal im Jahr geerntet, zwischen Januar und Juli. Auch nicht richtig. Es gibt Inseln und Länder, wo Zuckerrohr zweimal im Jahr geerntet werden kann. Hier ist so die Erntezeit und da kommt es eben auch ganz darauf an, dass also wann geerntet wird, geben die Fabriken vor. Weil Zuckerrohr, nachdem es geschlagen wurde, ist es nur 24 Stunden haltbar, weil ansonsten im tropischen Klima diese ganzen Mikroorganismen fangen an, den Zucker eben zu zersetzen. Genau, zu vergern, korrekt. 24, 48 Stunden maximal. Daher extrem wichtig, innerhalb von 24 Stunden muss das Ganze verarbeitet werden und somit bestimmen die Fabriken, wer wann wo was eben erntet. Die kontrollieren das da eben alles ziemlich gut. Zuckerrohr wird noch zu einem sehr großen Teil auch wirklich per Hand geerntet. Das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite sind es unebene Böden oftmals, wo du mit diesen ganzen schweren Maschinen eben nicht hinkommen kannst. Und natürlich auch finanzielle Mittel. So eine Erntemaschine musst du dir auch erstmal finanzieren können. Das ist deutlich rückläufig. Das hat sich in den letzten fünf Jahren auch drastisch geändert. Von daher keine Kritik an ihm. Mittlerweile ist die maschinelle Ernte größer als die manuelle. Teilweise werden auch leider diese Felder auch wirklich noch abgebrannt dann eben. Das hat eben zwei Gründe. Auf der einen Seite sorgst du dafür, dass das Ganze ungeziefer, also die ganzen Schlangen und Spinnen und so weiter aus den Feldern eben verschwinden und somit die Gefahr sinkt. Und gleichzeitig diese wirklich scharfen Blätter, also du musst dir vorstellen, Zuckerrohr sieht so ein bisschen aus wie Bambus, ja, und wächst dann auch so zweieinhalb bis teilweise fünf Meter hoch und hat extrem scharfe Blätter, die auch so bis zu einem Meter lang werden. Und die sind somit dann zum Großteil eben schon beseitigt, was das ganze Abschlagen mit einer Machete deutlich einfacher macht. Richtig, richtig, richtig harte Knochenarbeit. Und das ist auch ziemlich interessant, wenn du mal in der Karibik bist. Warum ist es denn Knochenarbeit? Erklärt er hier nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er darauf kommt. Weil das Zuckerrohr muss zehn Zentimeter über der Erde abgeschlagen werden. Das heißt, beim Ernten manuell bist du die ganze Zeit entweder auf dem Knie oder beugst dich runter. Und das ist alles nur nicht gut für den Rücken und für den Körper. Wenn du dir das Essverhalten anguckst, ganz merkwürdig, alles so frittiert und fettig und so weiter und so fort und du sitzt da irgendwie bei 36 Grad mit einer Million Prozent Luftfeuchtigkeit gefühlt. Und du denkst dir, wie können sich diese Leute dieses ganze frittierte Zeug eben reinziehen? Das hängt noch damals mit dieser knallharten Feldarbeit eben zusammen, wo so ziemlich, ich sage jetzt mal, jeder auf dem Feld gearbeitet hat. Und die haben eben diese sehr fettige Nahrung aufgenommen, um einfach Energie über den Tag zu haben. Mittlerweile arbeiten diese ganzen Menschen oder sehr viele von den Menschen aber nicht auf dem Feld, haben die Essgewohnheiten aber nicht abgelegt. Und das ist der Grund, warum diese Länder so extrem immer dicker werden. Die Statistik musste mir zeigen, dass es Hanebüchen, es gibt nirgendwo so wenig dickleibige Menschen wie in der Karibik. Das musste mir echt erklären. Nur mal so ganz nebenbei. Herstellung vom Zucker jetzt wiederum. Ich gehe so sehr auf die Herstellung vom Zucker ein, weil woraus wir Rumproduzieren, ist ein Beiprodukt aus der Zuckerproduktion. Du musst dir das so vorstellen, die Zuckerrohrstangen... Auch damals noch. Mittlerweile hat die Zuckerproduktion ist dann nur noch an zweiter Stelle. Die wichtigere Industrie ist mittlerweile die Rumproduktion. Die werden eben dann gesammelt. Und profitabler. Deshalb wichtiger. Und dann kommen sie durch ein Walzsystem. Also die werden so auf verschiedenen Stufen dann eben immer mehr gewalzen. Und bis dann wirklich so der Nektar rausgepresst wird. Ja, weil wir wollen an das Herz des Rohres eben rankommen, was so eine recht weiche Masse eben ist, die diesen ganzen enormen Zucker dann eben speichert. Zuckerrohrsaft genannt. Und daraus haben wir dann jetzt sozusagen unseren Zuckerrohrsaft gepresst. Genau. Diesen Zuckerrohrsaft, den nehmen wir jetzt. Und der wird eingedickt im Sinne von eingekocht. Ja, also wirklich Temperatur zugefügt. Somit kocht das Wasser eben raus. Und dieser Prozess geht so lange, bis der Zuckergehalt übersättigt ist. Und somit die Zuckerkristalle anfangen auszukristallisieren. Die kristallisieren nicht unbedingt von alleine aus. Da musst du das Ganze anregen in dem Prozess. Manchmal ja, manchmal nein. Wenn du es anregst über zum Beispiel einfache Erschütterung oder als Keim zwei, drei Zuckerrohrkeime reingibst, dann geht das explosionsartig. Das ist sehr heftig. Aber geht meistens nicht von alleine. Grundsätzlich Prozess gut beschrieben. Ich weiß nicht, wenn du selber mal irgendwie einen Zuckersirup gemacht hast, wirst du das auch gesehen haben. Und dass dann, wenn du den stehen lässt, unten sich so Zuckerkristalle bilden. Und dadurch, dass du das konzentrierst, wird das dann natürlich nochmal extrem beschleunigt in diesem Prozess. Und dazu werden noch ein paar Zuckerkristalle eben dazugegeben, weil die beschleunigen nochmal diesen Kristallisierungsprozess. Und das wird so lange gemacht, bis wir ein Verhältnis von Hälfte Hälfte haben. Das heißt 50 Prozent Sirup. Ist ja kein Saft mehr, sondern zu einem Sirup geworden. Und 50 Prozent von diesem Kristallzucker. Das ist nicht in jeder Produktionsstufe richtig. Vorher der Prozess gut beschrieben und der wird mehrfach wiederholt. Aber dieses 50-50-Verhältnis ist nur für die erste Runde, wenn der frische Zuckerohrsaft reinkommt. Das wird ja dann mit dem Sirup noch mehrfach gemacht. Und da stimmt dann der Prozentsatz nicht mehr. Das Ganze kommt dann in eine ziemlich große Zentrifuge und wird jetzt ganz grob gesagt geschleudert und somit springen dann die Zuckerkristalle eben heraus und wir haben den unraffinierten Rohrzucker getrennt von dem Sirup. Und dieser Sirup, was davon jetzt übrig bleibt, ist eben die Melasse. Nee, das wird nochmal aufgekocht, wird Wasser zugefügt. Das Ganze wird nochmal gemacht. Nur einmal. Das wird schon mehrfach gemacht. Einmal, nee, das wäre zu einfach. Diese schwarze, extrem zäh. Sonst kommt dieser Sirup, diese schwarze, diese Farbe auch nicht zustande. Es ist erst so goldgelb. Und außerdem, wenn das so wäre, dann würde es ja nicht den Virgin Cane Honey rumgeben. Es gibt ja drei Nachprodukte nach dem Zuckerrohr. Das Zuckerrohrsaft, Virgin Cane Honey und Melasse. Virgin Cane Honey ist nach dem ersten Schleudern der Sirup. Das wird dann für diesen Rum benutzt. Flüssige Masse, diese enormen Salmiak-Lakritznoten eben haben. Melasse ist der Grundstoff für 92% der weltweiten Rumproduktion. Korrekt. Melasse ist auch im Rohpreis mittlerweile wichtiger als Zucker. Deshalb mittlerweile die Rumproduktion wichtiger als die Zuckerproduktion. Mindestens. Da ist es schwer, eine ganz genaue Zahl zu finden. Es ist auf jeden Fall über 90%. Und man tendiert immer so zwischen 92% und 97% der weltweiten Rumproduktion. Diese Melasse wurde früher an die Sklaven und an die Schweine verfüttert. Und das war ja einfach so ein Abfallprodukt aus der Zuckerproduktion. Und ja, als dann mal die... Und nicht nur an die Melasse wurde auch nach Europa eingeführt. An das einfache Volk zur Süßung. ... besonders ertragsreich war... Also nicht nur der Bereich. Man hat Zuckerrohr überall benutzt. Und vor allem die Melasse. Und die Melasse eine Weile stand. Fängt die Melasse und der natürliche Zucker in der Melasse eben an zu gären. Das passiert eben nicht. Melasse an sich fängt nicht an zu gären. Du musst das Ganze erst verdünnen mit Wasser. Das ist zu dick und die Keime finden nicht genügend Haftung in der Melasse. Das funktioniert nicht. Du musst Melasse verdünnen, damit sie fermentiert. Sprich wandelt. So alleine? Nein. Weil was du ja brauchst, um eine Gärung zu erzeugen, also um Alkohol entstehen zu lassen. Du brauchst Zucker, hatten wir in der Melasse. Und dann brauchst du Hefe. Hefe isst den Zucker und scheidet Alkohol und CO2 wieder aus. Und somit hat sich eben Alkohol gebildet. Und irgendwann haben sich diese ganzen Zuckerbarone gewundert, warum denn die Sklaven immer so verdammt gut drauf sind. Ja, die waren halt einfach rotzedicht durchs Essen. Das ist so nicht verallgemeinert, ist nicht richtig. Es ist aufgefallen, dass einige der Sklaven besonders gut drauf waren und dass sie halt dem Melasse, dem Regen ausgesetzt haben und damit eine natürliche Fermentation eingesetzt hat. Dass die aber rotzedicht waren, nein. Die haben gelitten, nach wie vor. Ja, und als sie dann eben verstanden haben, dass Zucker dadurch entstanden oder das Alkohol dadurch entstanden ist, dann durften sie natürlich die Melasse nicht mehr essen, sondern sie fingen an, die Melasse zu destillieren. Das ist auch nicht richtig. Das Destillieren hat fast nochmal 100 Jahre gedauert, bis dann Melasse tatsächlich destilliert worden ist. Die ersten, die es geschafft haben, als Beiprodukt für Tequila, beziehungsweise als Beiprodukt der Destillation für die Agave und damit für Tequila, als Fremdzucker und damit willkommen in der Welt der Mixtos-Tequilas, aber ganz anderes Thema. Waren wir nämlich noch nicht so weit. Wir wussten zwar, was Alkohol ist, wir wussten aber nicht genau, wie es entsteht. Und ja, dadurch wurde es quasi durch einen Fehler eben entdeckt und die Rumproduktion begann. War am Anfang noch extrem... Wenn dem so wäre... Wie sollte es dann Bier geben? Dass es zu dem Zeitpunkt schon seit über 800 Jahren gab. Länger. Also es war wissenschaftlich nicht so sauber beschrieben. Aber das Zucker, der Ursprung war, war auch zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Aber das Vergären, das Herstellen von Alkohol über Gerste und Konsorten, das war schon bekannt. Also zwiespältig. Halb richtig, halb falsch. Eben rustikal und die ganzen Zuckerbaronen haben das auch wirklich nicht selber trinken wollen, sondern die haben trotzdem nach wie vor lieber noch den Brandy und so weiter aus Frankreich und Spanien trinken wollen, was deutlich weicher eben war. Trotzdem war das aber ein zusätzliches Business und somit wurde nichts mehr an Melasse verfüttert. Melasse verfüttert, nochmal so nicht korrekt. Melasse wurde zum Großteil verkauft, eben als billiges Süßungsmittel für die Welt. Man hat Speisen zugesetzt, damit die Sklaven länger durchhalten. Eben wegen der Energie, nicht nur die fettigen Sachen, sondern eben auch die zuckrigen Sachen. Das ist halt Energie für den Menschen. Heutzutage bei der Rumproduktion wird die Melasse jetzt genommen. Die Melasse ist extrem zähflüssig, also so ein Sirup nochmal extrem eingekocht. Also zieht so richtig Fäden. Das heißt, die Melasse wird jetzt erstmal verdünnt, damit die Hefe besser arbeiten kann. Die braucht dann ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Und je nachdem, wie viel Charakter du in deinem rumkriegen willst, nimmst du eventuell noch etwas von dem Schaum, der bei diesem Einkorungsprozess entstanden ist. Das nennt sich der sogenannte Skimming. Gibst du nochmal mit dazu. Das bringt nochmal ein bisschen mehr Kick. Und von der letzten Destillation gibst du nochmal die Heferückstände. Das ist der Dunker, ist da der Fachbegriff eben. Und gibst das alles mit dazu und dadurch erzeugst du nochmal eine schönere Komplexität. Das ist ein Sour Mesh, macht nicht jeder Rumproduzent. Und vor allem die spanische Rumproduzent ist damit schon mal falsch beschrieben. Hier wird kein Dunker, hier wird nichts an Rückständen in der Regel dazugegeben. Auch da, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das als allgemeinen Prozess zu beschreiben, ist nicht korrekt. Und jetzt wird eben nochmal Reinzuchthefe dazugegeben, bei so ziemlich allen. Es gibt ganz, ganz wenige Destillerien, die arbeiten mit Naturhefen. Also Hefen, musst du dir vorstellen, sind wirklich überall in der Welt. Letztes ist richtig beschrieben. Aber wir unterscheiden zwischen Fermentation ohne Luftzugang und mit Luftzugang. Und hier sind wir bei 30 Prozent in der Karibik. 70 Prozent machen das nur durch Eigenhefe und ausschließlich idealerweise. Aber 30 Prozent nutzen zusätzlich die Naturhefe, um Aromen zu erzeugen. Die atmest du jetzt gerade ein, auch wenn du in der Stadt bist. Die sind auf Blättern, auf Nahrung, wenn du etwas aus dem Garten erntest. Ein Apfel, da sind überall Hefen eben drauf. Und die natürlichen Hefen, das wäre dann eine wilde Gärung. Das findet aber so gut wie nie statt. 30 Prozent, so gut wie nie. Meistens werden eben speziell dafür gezüchtete Hefen eben reingegeben, wo auch wirklich sehr viele Destillerien immer ihre eigenen Hefestämme haben. Und das ist ein Riesengeheimnis und hat auch sehr viel mit der Geschmacksbildung zu tun. Mit Hefen sind wir generell auch in der Lage, geschmacklich zu manipulieren. Ist in der Spiritosenwelt nicht ganz so verbreitet, in der Weinwelt aber zum Beispiel extrem verbreitet, wodurch du durch die Art von Hefe eben Bananennoten mit reinkriegen kannst. Manipulieren ist ein für mich zu negativ belegtes Wort. Also man kann Aromen kreieren. Das ist soweit richtig, sachlich, richtig beschrieben. Ich würde die Wortwahl an der Stelle kritisieren. Manipulieren ist ein halt nicht schönes Wort. Aber tatsächlich, in der Weinproduktion wird das schon seit Jahrhunderten genutzt und ist vollkommen legitim. ... und so weiter. Also es ist auch nochmal ein komplett eigenes Feld, auch ziemlich cool. Jetzt kommt es auch extrem darauf an, wie lange wir der Hefe Zeit geben, den Alkohol zu vergehren. Dieser ganze Prozess, der dauert nämlich ein bisschen und muss vor allem auch erstmal in Schwung kommen. Und gerade durch Temperaturregulierung bist du in der Lage, das ziemlich gut zu steuern eben. Also im Endeffekt, wenn du der Hefe eben die besten Eigenschaften gibst, kann der Prozess ziemlich schnell gehen. An der Stelle richtig, nochmal, Hefe produziert drei Sachen aus dem Zucker. CO2, Wärme und Alkohol. Ist eines dieser drei Dinge zu viel da, vergiftet es die Geschwindigkeit der Produktion des Alkohols. Bedeutet, wenn das Ganze zu warm wird, stirbt die Hefe. Also kühle ich das Ganze. Wenn ich zu viel CO2 habe, stirbt die Hefe. Also sauge ich das CO2 ab oder lasse es unter offenem Himmel einfach wegwehen. Produziert die Hefe zu viel Alkohol, stirbt sie. Aber das ist ja gewollt. Dann ist der Prozess halt zu Ende. Oder eben ziemlich langsam gehen. Wenn das ziemlich schnell geht, hast du einen sehr sauberen, reinen Prozess. Also wir reden hier von so 18 bis 24 Stunden. Es gibt aber so ein paar extreme Beispiele, wie die Jamaikaner zum Beispiel. Die ziehen, zögern das enorm heraus. Und das geht dann teilweise wirklich von einer Woche bis sogar zu zwei Wochen. Zwölf Stunden halte ich für utopisch. Mindestens 24, eher 48 Stunden. Manchmal sogar 72. Das ist so das Standard. Dann denken wir 80 Prozent aller Rumproduzenten ab. Es gibt Extreme, die dann noch viel, viel länger fermentieren und fermentieren lassen, um das Maximale rauszuholen. Also bis wirklich jeder Hefestamm abgestorben ist, weil halt zu viel Alkohol drin ist. Und in diesem Zeitraum finden multiple Gärungen statt. Also es gibt nicht nur die alkoholische Gärung, sondern noch zum Beispiel die Milchsäurengärung und so weiter. Korrekt. Also Alkoholgärung ist einer der Punkte, aber es gibt verschiedenste Gärungen. Alles Prozesse, die hier stattfinden und alles Prozesse, die wieder Arom auslösen, wodurch sie auch Produkte wie Ester etc. bilden, die so diese typische Not und Charakter haben beim Jamaika-Arom zum Beispiel. Ester kommt nicht nur durch die anderen Gärungen, sondern auch durch die Alkoholproduktion. Es sind nicht nur die anderen Prozesse. Aber das wird jetzt schon wieder ein bisschen zu speziell. Stimmt, es wird zu nerdig. Wir driften hier gerade leicht ab. Eigentlich wirklich noch eine eigene Folge verdient. Und daher bleiben wir jetzt mal so, ich sag mal, oberflächlich. Die Destillation war ursprünglich extrem rustikal. Also es war das Potstil-Verfahren. Das, was die Franzosen für ihren Connect zum Beispiel immer noch benutzen oder die Schotten für ihren Singmold-Whisky. Auch einige Rom-Distillerien. Es ist ein sehr, sehr einfaches Destillationsverfahren. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber gerade wie sie damals gearbeitet haben und gerade mit dem schlechten Wissen von damals, waren die Destillate extrem rustikal. Und man kam sowieso nicht auf die Idee, jetzt irgendwas davon abzuschneiden. Du musst wissen, es entstehen nämlich unterschiedliche Arten von Alkohol. Und die haben unterschiedliche Siedelpunkte. Und dadurch bist du in der Lage, die verschiedenen Alkohole voneinander zu trennen. Das ist eine Erfahrungssache. Zu der Zeit war es aber schon bekannt. Wir reden hier von 400 Jahren Erfahrung von Destillation alleine in Europa. Wir reden von 700 Jahren Erfahrung von Destillation im mittelasiatischen Bereich. Und wir reden im asiatischen Bereich von 3000 Jahren Erfahrung. Wenn du also nur die europäische Brille auf hast, dann ist Vorlauf, Nachlauf, Herzlauf zu der Zeit, als Rumproduziert worden ist, beziehungsweise den Vorvater, eben Aguardiente, schon bekannt. Rustikal, ja, kann man so sagen. Einmal Postdestillation, dann hast du ein Aguardiente, ein Feuerwasser. Sehr rau, sehr kräftig. Aber die Trennung von Methanol, also bösem Alkohol, und Ethanol, gutem Alkohol, war schon bekannt. Genauso wie du eben Alkohol vom Wasser trennst, das machst du ja bei der Destillation, Alkohol hat einen geringeren Siedelpunkt als Wasser. Und somit bist du in der Lage, die beiden Flüssigkeiten voneinander zu trennen. Und du kriegst dein Destillat, gewonnen aus deinem Ursprungs, ich sage jetzt mal Wein oder was auch immer. In dem Fall deinen vergorenen Zuckerrohrsaft oder dein Zuckerrohrwein, wenn du so willst. Und das wird dadurch eben destilliert. Und diese unterschiedlichen Alkohole, die kannst du jetzt auch nochmal voneinander trennen. Und du behältst dann sozusagen nur den Mittellauf, also den rein wohlschmeckenden Alkohol. Wurde früher natürlich nicht gemacht, da wird ja nichts verschwendet. Das heißt, du hast noch diese ganzen Fuselstoffe und diese ganzen berühmt-berüchtigten Methylalkohol und Blindmacher und so weiter, hattest du dann alle noch mit drin. Und dementsprechend ungesund war das, dementsprechend Riesenkater hast du gekriegt. Und dementsprechend rustikal und scheiße hat es eben auch einfach geschmeckt. Akkordiente muss nicht scheiße schmecken. Das ist so nicht korrekt. Wir sind es nicht gewohnt. Das ist jetzt deine Filterbrille an der Stelle, Nikolas. Das ist nicht allgemein gültig. Und deshalb schwierig. Es ist dein Geschmack. Und jeder hat Gott sei Dank einen anderen Geschmack. Schwierig. Es ist deine Filterbrille. Und die Niederländer, als die dann wirklich anfangen, in der ganzen Umwelt ein bisschen sich mit einzumischen, die haben das Ganze auf ein neues Level gehoben. Einfach, weil sie extrem erfahren waren, was diese ganze Distillationskunst eben angeht. Und mit ihrem Wissen haben sie das Ganze nochmal deutlich nach vorne gebracht und verfeinert. Aber vor allen Dingen hat ein gewisser Facundo Bacardi, also der Gründer, Don Facundo Bacardi, ja bitte, der Gründer von der Fledermaus-Marke. Wenn schon, dann richtig. Don Facundo Bacardi Imasso. Wenn dann der ganze Name. Aber ansonsten richtig. Die wir ja alle kennen. Der hat wirklich diesen Light Rum Stil etabliert. Also er hat eben ein Coffee Still Apparat benutzt. Das kommt jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail. Aber mit dieser Art der Destillation. Er hat keine Coffee Still benutzt. Das ist nicht richtig. Er hat tatsächlich mit einer alten Brandy-Blase gearbeitet und hat darüber mehrfach destilliert. Coffee Still kam bei Bacardi erst später. Hat er eben ein viel leichteres, reineres Destillat hergestellt. Korrekt. Und der war auch der Erste, der draufgeschrieben hat Rum. Er hat eben den Rum, nein, Entschuldigung. Er hat den Aguardiente nochmal destilliert. Hat das sehr hoch destilliert. Hat die Fusel-Alkohle komplett rausgefiltert. Vorlauf, Nachlauf ordentlich getrennt. Und dann kam eben der leichte Rum. Also, ein bisschen ergänzen. Ansonsten faktisch richtig. Es fehlt aber noch ein bisschen Inhalt. Und das hat er zusätzlich dann nochmal durch Holzkohle gefiltert. Und durch diese Holzkohle-Filtration. Auch da, Filtrierung durch Kohle richtig. Nicht Holzkohle wichtig aus Sicht von Bacardi. Kokoskohle, nicht Holzkohle. Hast du auch nochmal einen reineren und einen leicht cremigen Geschmack. Und er ist so der Erfinder des Light Rums. Und hat diesen Stil dann eben etabliert. Und von da an hat sich das dann eben alles weiterentwickelt. Und diese ganzen unterschiedlichen Stile fingen dann an, immer interessanter zu werden. Ja, so richtig. Aber mit dem ganzen Gefuchtel dann auch zu wenig erklärt. Er war der Erfinder des Rums. Zumindest des leichten spanischen Rumsstils. Schwere spanische Rumsstile kennen wir heute so gar nicht mehr. Aber das ist auch wieder ein anderes Kapitel. Wir wollen ja nicht zu nerdig werden. Damals auch 1801 hat die erste Zuckerrübenfabrik aufgemacht. Das war natürlich jetzt gar nicht witzig, weil die Zuckerbarone haben mega profitiert durch diese Zuckersucht. 1801? Bacardi? Guck nochmal ins Geschichtsbuch. Wann wurde Bacardi gegründet? Guck auf die Flasche. Steht auf jeder Flasche drauf. 1872. Die Zuckersucht in Europa und die konnten ja wirklich ihren Zucker für jeden Preis verkaufen. Mega lukratives Geschäft, wie wir vorhin ja schon gelernt haben. Und jetzt natürlich mit der heimischen Zuckerrübe hat die dem natürlich eine enorme Konkurrenz gemacht. Und dazu hat 1806, war das glaube ich, Napoleon die Kontinentalsperre verhängt. Und das war die Weltalsperre richtig, riesige Konkurrenz. Nein, die Geschichte ist andersrum. Die Franzosen und die Deutschen haben gesagt, wir wollen kein Meer von da haben, kein Zucker. Die Spanier haben massiv produziert und exportiert nach ganz Europa. Andere Geschichte, zu tief. Wir gucken weiter. Das wurde natürlich zum erheblichen Problem, weil jetzt konnten die ganzen Kolonien nicht mehr ihr Zucker nach Europa verkaufen. Und das hat eben einfach dem Rum ein neues Zeitalter verschaffen. Weil jetzt hatten sie diese ganzen Bestände und so weiter und so fort. Und konnten sich viel mehr auf die Rumproduktion konzentrieren. Etliche Firmen sind pleite gegangen, somit auch viele Distillerien und so weiter und so fort. Aber das Zucker... Nee, so nicht ganz historisch sauber dargestellt. Garantiert nicht. Aus seiner Emotion und seiner Filterbrille mag das sein, faktisch nicht korrekt. Er war ja trotzdem da und somit begann eben das Zeitalter der Rumproduktion erst richtig loszulegen. Zuckerrübe möchte ich an der Stelle nochmal kurz erwähnen. Wir haben ja nur weltweit einen Anteil von 26 Prozent unseres Zuckers, der aus Zuckerrübe gewonnen wird. Die Zuckerrübe ist allerdings nicht besonders lukrativ. Steht in keiner Relation wie zum Zuckerrohr zum Beispiel. Und man muss auch ganz klar sagen, der einzige Grund, warum Zucker so wahnsinnig billig ist, ist wegen diesen ganzen absurden Subventionen. Also Zucker, ich glaube in der Folge 3 war das, wo wir erklärt haben, was Zucker für eine enorme Droge ist. Wenn man sich das mal kurz auf der Zunge zergehen lässt, dass ausgerechnet Zucker die Volksdroge nochmal ein subventioniert wird. Und naja, aber das nur mal so kurz was zum Nachdenken. Da recht. Folge 3. Einfach mal eingucken. Die ist sehr dummenswert. Was ist das eigentlich für ein Blödsinn? Dieser ganze Vorgang mit der Kontinentalsperre und der Kultivierung der Zuckerrübe haben vor allen Dingen auf den französischen Antillen, also Martinique, Guadeloupe, Marie Galante und so weiter, dafür gesorgt, dass sie die Rumproduktion komplett umgestellt haben. Was sie jetzt gemacht haben, die haben gar keinen Zucker mehr produziert. Sie haben den Zuckerrohrsaft an der Entstehungsphase aufgefangen und direkt den Zuckerrohrsaft vergoren und dann destilliert. Mega cool. Das Ganze ist eben aus Martinique eine geschützte Herkunftsbezeichnung. Bis hierhin faktisch richtig. Tatsächlich haben die Franzosen gesagt, okay, wir wollen die Zuckerrübe weiter nach vorne bringen. Deshalb produzieren wir in unseren Außenliegenheiten eben keinen Zucker mehr, sondern wir nehmen direkt den Zuckerrohrsaft. Wir sparen uns das ganze Kochen und die ganze Zeit und den ganzen Einsatz von Menschen und wir kürzen das Ganze einfach ab. Das war eine Simplifizierung zu der Zeit. Eine Appellation d'Origine Controler. Direkt AOC abgekürzt. Bin gespannt. Das, was die Franzosen aber ganz gerne machen, wie auch mit ihrem Champagner, mit ihren Weinen grundsätzlich und mit dem Käse haben sie es ja auch sogar und so weiter, darf somit beim Rum natürlich auch nicht fehlen. Und das ist eben der Rum, der aus dem Zuckerrohrsaft gewonnen wurde. An der Stelle, wenn du ein Rum aus Zuckerrohrsaft gewinnst, zum Beispiel aus Mauritius, darfst du ihn aber nicht Agricole nennen, weil es eben eine geschützte Herkunftsbezeichnung ist für die Appellation d'Origine Controler von den Jungs und Mädels dort drüben. Dort drüben heißt die französischen Antillen in der Karibik. Korrekt. AOC bedeutet, nur diese Länder dürfen das Ganze Rumagricol nennen. Aus einer Tonne Zuckerrohr gewinnen sie wiederum 100 Liter frisch destillierten Rum mit einem Alkoholgehalt von 55 Prozent. Das ist so ungefähr die Ausbeute, damit du dir das ein bisschen vorstellen kannst. Das wäre ziemlich heftig. Es passt so nicht. Es ist ein bisschen weniger, beziehungsweise mehr Tonnen. Aber grundsätzlich, lass uns mal weiter an. Da stimmt nur die Relation nicht. Der Herstellungsprozess ist richtig dargestellt. Agricole ist ganz anders als Rum aus Melasse. Also alle großen etablierten Marken, wie wir sie auf dem deutschen Markt kennen, basieren eben auf Rum, der aus Melasse hergestellt wurde. Richtig. Außer einer, der wird eben aus Virgin Cane Honey hergestellt. Der mit dem großen Z. Prozent der weltweiten Rumproduktion basiert auf frisch gepresstem Zuckerrohrsaft. Und davon, vor allem darf man auch nicht vergessen, trinken die Einheimischen einen erheblichen Anteil. Einheimische bedeutet inkludiert die Franzosen. Agricole spielt rein wirtschaftlich in Deutschland noch keine besonders große Rolle. Korrekt. Gewinnt zum Glück aber immer mehr Anhänger und immer mehr Aufmerksamkeit, weil es einfach ein verdammt geiles Produkt ist. Richtig geiler Scheiß. Und du musst dir so vorstellen, im frisch destillierten Zustand hat Agricole so wunderbar grasige, frische Noten. Korrekt. Warum ist das so? Das fehlt mir die ganze Zeit. Guck mal noch ein bisschen und dann schreite ich gleich ein. Übrigens wird Cachaca in Brasilien auch aus frisch gepresstem Zuckerrohrsaft. Vorsichtig. Halbwissen. Nicht korrekt. Die Herstellung von Cachaca und Rum Agricole sind schon zwei unterschiedliche. Bei Agricole verwende ich den Saft. Korrekt. Ausschließlich den Saft. Cachaca benutze ich die ganze Pflanze. Bedeutet auch die Pflanzenanteile werden in der Fermentation mit hinzugegeben und haben damit eine teilweise andere Aromatik. Die Basis ist eine ähnliche, aber hier zu vergleichen ist nicht legitim. Saft hergestellt und die arbeiten dort meistens sogar noch ein bisschen sauberer. Das heißt, die Produkte sind dort reiner, ein bisschen frischer, aber der Agricole ist ein Ticken rustikaler, was allerdings ein schöneres Rückgrat für die Fasslagerung bietet und somit sind Agricole die besseren fassgelagerten Spirituosen. Besser ist hier ein Wort, das nicht legitim ist. Es gibt nicht die beste Spirituose für die Lagerung. Das ist ein illegitim, beziehungsweise aus seiner Brille. Ja, mag das stimmen. Für ihn. Ja, mag das stimmen. Aber frag mal einen Cachaca-Hersteller, der wird dir was ganz anderes erzählen. ...als beim Cachaca. Aber das ist auch nochmal... Oder einen Whisky. Frag mal den. Der wird dir auch was ganz anderes erzählen. Das ist Empfindung an der Stelle. Der Beste, das Beste bei einem natürlichen Prozess, bei einem natürlichen Produkt gibt es nicht. Es gibt für jeden das Richtige. Ja, das Beste, nö. Das ist ein eigenes Thema für sich, nur ganz kurz nebenbei. Genau, im frisch destillierten Zustand hast du diesen wunderbar grasigen, frischen Geschmack. Und der dann im Laufe der Fasslagerung immer mehr abnimmt. Also jedes Destillat ist immer wasserklar. Also Farbstoffe lassen sich durch Destillation nicht übertragen. Sie sehen also aus wie Wodka oder Wasser. Ja, korrekt. Wasser. Jetzt kommen die eben in so einen Holzfass. Alkohol ist ein Lösemittel und löst jetzt die Geschmacks- und Farbstoffe eben aus dem Holz heraus. Und beim Agricoil ist es jetzt so, dass diese grasigen, frischen Noten ziemlich schnell von dem Holz- und dem Fasscharakter abgelöst werden. Und somit verlierst du das im Laufe der Zeit und gewinnst dadurch dann immer mehr Würzeln und immer mehr Komplexität. Die Dichte. Der Aromen nimmt ab. Korrekt. Mit die besten Spiritosen der Welt sind Rum Agricoil. Mega Thema. Auch da wieder. Die beste Spiritose der Welt. Nein. Komplex. Ja, richtig. Der Beste. Nö. Frag mal jemanden, der gerne Whisky trinkt, der gerne Wodka trinkt. Ganz andere Nummer. Und vor allen Dingen ehrlich. Keine Zuckerzusätze und so weiter und so fort. Das ist wichtig. Um Agricoil darf keinen Zuckerzusatz nach der Reifung erfahren. Riesiges Thema. Aber auch wieder zu nerdig. Weil sie es wirklich geschafft haben, das vernünftig zu regulieren. Du weißt einfach, was du kaufst. Geiler Scheiß. Beim Rum ist das natürlich ein bisschen was anderes, das Ganze zu regulieren. Und ursprünglich, wenn du das Aroma eins zu eins übertragen würdest, hättest du ja so eine Melassenote, sprich Salmiak Lakritznote. Hast du aber nicht wirklich, weil da noch wahnsinnig viele Faktoren bei der ganzen Gärung und sowas mit eingeflossen sind. Dazu gehe ich aber in einer separaten Folge nochmal ein, weil das ist ein bisschen zu spezifisch. Ich gucke mir mal an, ob die Folge kommt. Ich glaube, sie ist noch nicht da, aber ich werde mir das nochmal komplett anschauen. Und dadurch die Fasslagerung, was du für einen Einfluss hast, hängt wahnsinnig darauf ab, wie du das Produkt vergoren hast und wie du das Produkt destilliert hast. Und daher kann man nicht gleich sagen, Rum schmeckt wie Rum oder was auch immer. Also wenn mir jemand sagt, Rum mag ich nicht, bin ich so, hä, was ist denn bei dir los? Also geht gar nicht, ja? Genau so, wie du gerade beschrieben hast, dass Rum die beste Spirituose der Welt ist. Es gibt Menschen, denen mag es nicht, die mögen es nicht, denen schmeckt es nicht. Vollkommen legitim. Deren Entscheidung. Nur weil dir es so toll schmeckt, muss es nicht anderen schmecken. Und von daher deine Filterbrille, nicht die der anderen. Rum ist mit Abstand die vielfältigste Spirituose der Welt. Ja, unterschreibe ich. Das wird auch ganz hinbei das Thema für nächstes Mal, weil es so ein geiles Thema ist, dass ich dem ein komplett eigenes Thema nochmal widmen muss. Was aber das Besondere an der Fasslagerung in der Karibik ist, durch diese extrem erhöhten Temperaturen geht der Prozess deutlich schneller voran. In Schottland zum Beispiel reden wir über ein Angel Chair, also so ein Anteil der Engel von 2%. In der Karibik sind wir so bei 8%, teilweise noch mehr. Das heißt, es ist das 4%. Was hat der Anteil der Engel mit der Geschwindigkeit der Aromauslösung aus dem Holz zu tun? Nicht wirklich. Es ist kein kausaler Zusammenhang. Falsch erklärt. Ich kann das gerne nochmal korrigieren. Ganz einfach. Doch die Geschwindigkeit ist deshalb höher, weil ich einfach viel, viel mehr Zeit über 15 Grad Celsius habe, was der Grenzwert der fassaktiven Zeit ist. In der Karibik ist das 365 Tage im Jahr. In Schottland sind es nur vier Monate und dann teilweise auch nur tagsüber. Deshalb die Beschleunigung. Also wirklich, so ein Fass, musst du dir vorstellen, ist zwar wasserdicht, das heißt, da läuft jetzt nichts raus. Es ist aber nicht luftdicht, also so ein Fass atmet. Und dadurch verlierst du eben Jahr für Jahr Alkohol. Also 8% gehen da raus. Und nach 8 Jahren, kannst du einmal ausrechnen, ist so ein Ding einfach halb voll. Also es ist immens, was da einfach flöten geht und was gleichzeitig auch für einen Konzentrationsprozess eben stattfindet. Und vor allen Dingen, die Poren des Holzes durch die Wärme öffnen sich nochmal viel weiter. Und der Alkohol kann viel besser und tiefer eben eindringen. Korrekt, tiefer eindringen, also mehr Beschleunigung, korrekt. Höhere Temperaturen, korrekt. Was aktive Zeit, ab 15 Grad Celsius. Wodurch nochmal viel mehr Geschmack rauslöst. Der Reifeprozess ist daher viel schneller, aber auch viel aggressiver. Und daher finden in der Karibik so gut wie keine neuen Fässer eben Verwendung. Weil du durch die Lagerung eben mehr Tannine, also Bitterstoffe rauslösen würdest. Und die frischen Fässer würden den Rum dann eben viel zu schnell erschlagen. Und dann hättest du nur noch so ein bitteres, was auch immer. Da gibt es bereits erste Gegenbeispiele. Und daher... Es hat was mit Fassproduktion und wo kriege ich die Fässer her? Und wie teuer sind sie dann? Wenn die ausgelaugt sind, sind sie halt nicht so teuer. Und die Länder und Produzenten in der Karibik haben halt nicht so viel Geld auf der Tasche wie einen Bourbonproduzent. Und vor allem kommen die nicht so schnell ans Holz ran. Karibische Hölzer für eine Fassreifung? Schwierig. Daher greift man da eben vor allen Dingen auf benutzte Bourbonfässer zurück aus Amerika. Das hat nochmal ein paar andere Gründe, aber da kommen wir nochmal detailliert mehr rein. Aber grundsätzlich kannst du davon ausgehen, wenn es nicht anders auf der Flasche angegeben ist, wurde der Rum in einem ehemaligen Bourbon-Whiskeyfass gelagert. Und ja, es ist auch krass. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal dann da in der Karibik war und dann gehst du wirklich in so ein Fasslager, wo dann irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Fässer stehen, ja. Und dann gehst du da rein in so eine Wellblech-Konstrukt. Die Tür geht auf und dann, bam, kriegst du einfach wirklich so ein, du kriegst im wahrsten Sinne des Wortes ein Brett vom Kopf, also so eine Alkoholwand, immens geiler Duft. Und du bist halt einfach, du bist halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes benebelt. Also du stehst da drin und fängst an zu taumeln. Ist auf jeden Fall, ja, kannst du eigentlich vorstellen wie so eine Sauna mit Alkohol, mit Rumaufguss. Also mit Alkoholaufguss, korrekt beschrieben. Gibt es eigentlich was Geileres? Ziemlich cool. Und das haben sich nämlich auch... ...jemanden, der gerade eben beschrieben hat, dass Zucker die größte Droge der Welt ist, so umzugehen mit Alkohol und Alkoholrausch, schwierig. Die Offiziere der Royal British Navy eben gedacht, die haben nämlich gesehen, dass die Franzosen immer total, total mutig halt in die Schlachten gegangen sind, also wie so kleine Psychopathen. Und die haben sich gewundert, warum die dann immer so, ja, gar keine Todesangst oder Sonstiges hatten. Und dann haben sie irgendwann herausgefunden, die sind einfach rotzedicht. An der Stelle, geschichtlich Verquickung stimmt nicht, nicht auf rumbezogen. Das hat was mit Geneva zu tun und mit den Holländern und den Engländern und den großen Kriegen 1688. Und dadurch haben sie dann eben die Rumration angeschafft, also es war 1655, haben sie wirklich eine Tagesration von einem Pint. Das musst du dir mal vorstellen. Ein Pint ist etwas über ein halber Liter Rum. Rum hat jeder Matrose jeden Tag bekommen. An der Stelle sogar Fassstärke, wäre als Ergänzung vielleicht nicht verkehrt. Zweimal am Tag jeweils einen halben Pint und die Ration nennt sich eben ein Tott. Und das haben sie zweimal am Tag bekommen. Und wir reden nicht über einen Rum wie es heute ist, bei 40 Prozent und voll angenehm und weich und so. Sondern das Zeug hatte halt so seine, ja je nachdem, zwischen 57 und 75 Prozent. Und davon haben sie sich einen halben Liter jeden Tag reingeballert. Na herzlichen Glückwunsch, da war aber richtig Halligalli-Drecksau-Party. Drecksau-Party nicht so sehr, sondern die Idee dahinter war, ein betrunkener Matrose geht weniger Aufstände anzetteln. Weil durch die Rationen, durch das wenige Essen, durch die wenigen Vitamin-C-Zutaten sind regelmäßig in der Royal Navy massive Aufstände passiert und die sollten damit unterdrückt werden. Eben gefügig halten durch Droge. Da haben sie aber irgendwann gemerkt, unsere Matrose sind einfach dauerbesoffen und das artet ein bisschen zu sehr aus im Sinne von, die sind zwar dann sehr willentlich in die Schlacht zu gehen, aber sterben halt auch alle. Und dadurch haben sie im Laufe der Zeit die Rationen immer weiter runtergekürzt. Bis eben wirklich 1970 die Rum-Rationen abgeschafft wurden. Also bis 1970 haben die Matrosen auf täglicher Basis Schnaps im Dienst gekriegt. Und an dem... Und was war es zum Ende? 0,2 Liter pro Tag. Am Tag, wo es abgeschafft wurde, das war der Black-Tod-Day eben. Genau. Also der schwarze Tod-Tag. Immer noch ein Feiertag heute. Die ist auch eine sehr coole Abschiedsüge übrigens. Viel zu teuer aber, ganz nebenbei. Was dann eben auch noch so ein Ding war, was die Rum-Produktion extrem gefördert hat oder auch die Bekanntheit von Rum, war eben die Reblaus-Plage 1870, die eben einfach dafür gesorgt hat, dass die ganzen Weinreben in Europa gestorben sind oder ein Großteil der Weinreben gestorben sind. Und dadurch konnten die keinen Wein mehr trinken. Aber Wein war eben auch eine extrem wichtige Quelle für Spiritosen, also für den Brandy. Und dadurch, dass sie somit auch kein Brandy mehr hatten, mussten sie eben auf eine Alternative zugreifen. Und das hat natürlich nochmal den ganzen Rumverkauf extrem befördert. Das ist nicht richtig. In Europa haben damit andere profitiert. Unter anderem die verschiedensten Hersteller verschiedener anderer Spirituosen. Unter anderem Sherry ist da massiv nach vorne gekommen, weil halt hier Trauben genutzt worden sind, die nicht von der Reblaus befallen worden sind. Aber auch da wieder, guck nochmal ins Geschichtsbuch, hat mit dem Anstieg der Rum-Produktion nicht so viel zu tun. Was ich dazu auch nochmal sagen will, dieses Kuba-Thema. Ich kann es nicht mehr hören, ja. Rum gleich Kuba. Nein, Mann. Also so gar nicht am Arsch. Also es ist sogar eher genau das Gegenteil. Also Kuba ist komplett vorbei. Ist kompletter Blödsinn da, was die machen. Also die sind einfach seit 1961 im Embargo mit Amerika. Die kommen an keine neuen Fässer mehr ran. Die benutzen da irgendwie seit 50, 60 Jahren dieselben Fässer. Die Dinger sind ausgelutscht, lassen nur noch Bitterstoffe raus und so weiter. Das ist echt scheiße. Deine Meinung, aber es gibt auch richtig guten kubanischen Rum. Es ist auch wieder nur deine Filterbrille. Und jetzt muss ich ein bisschen ärgisch werden. Kuba ist die Wiege des Rums. Kuba ist der Grund, warum Rum so groß geworden ist. Ja, das Embargo ist da. Ja, viele produzieren nicht mehr sehr guten Rum. Gar keine Frage. Aber das so abzutun, finde ich einfach, um das ganz vorsichtig zu sagen, nicht korrekt. Respektlos. Und Kuba hat eine ganze Menge für Rum getan. Und Kuba jetzt so zu verteufeln? Nein. Kuba in den Himmel zu loben, da bin ich bei dir, ist nicht sinnvoll. Aber das so runterzumachen? No fucking way. Kuba rum hier ein bisschen hier für kubanischer Rum, ein bisschen für Kuba Libre und so weiter. Das ist ja ganz cool. Alles andere kannst du knicken. Ich will nicht sagen, dass alles scheiße ist. Doch, hast du gerade. Zum Großteil schon, aber... Da, genau. Unsinn. Schwachfug, deine Brille. Hör auf mit dem Scheiß. Die Dinge, die sie gut sind, stehen einfach in überhaupt keine Relation im Preis-Genuss-Verhältnis. Und daher kriegst du immer was anderes. Also Rum gleich Kuba bitte nicht. Rum gleich Kuba ist nicht korrekt. Da bin ich richtig. Aber so ein Rundumschlag? No fucking way. Dringend lassen. Ganz dringend. Geht man gar nicht, so nach dem Motto. Coole Geschichte. Ja, unser Kuba Libre und der Kirion. Und ohne Kuba, ohne die 20er, 30er Jahre auf Kuba, ohne die Tiki-Welle hätten wir diese Vielfalt an Rum heute bei weitem nicht mehr. Von daher, guck dir die Geschichte von Kuba mal richtig an. Guck dir die Geschichte des Cocktails mal richtig an. Und fang nicht an, mit Halbwissen hier rumzuböschen. Das ist no fucking disgusting way. So, aber ansonsten, äh, äh. Und da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Rum ist die unterschätzteste Spiritose der Welt und Rum ist die komplexeste und faszinierendste Spiritose der Welt. Und da bin ich wieder bei dir. Und dem werden wir uns eben, äh, ja, bei unserem, bei unserer nächsten Folge widmen, wo ich dir wirklich aufführen würde, warum das Ganze so ist und warum, warum rum einfach der Geistescheiß überhaupt ist. Und, ja, das war jetzt eine, ich hab's versucht, so kurz wie möglich zu halten, aber Rum ist einfach ein sehr komplexes Thema. Äh, von daher, ja, wenn du da noch irgendwelche Fragen hast, wenn irgendwelche Dinge nicht ganz klar sind, poste es gerne unten unter die Kommentare. Ich werde da gerne auf jeden Fall nochmal drauf reingehen. Und, ja, auch generell, wie stehst du zu Rum? Konnte ich dich jetzt da auch ein bisschen einleiten, wenn du Rum nicht so gerne magst, mal rumzuprobieren? Auf jeden Fall haus auch mit in die Kommentare, lass uns dann in den Austausch gehen. Und, äh, ja, ich danke dir fürs Zustand. Und, wenn's dir gefallen hat, tu uns doch den Gefallen. Du weißt ja, wie das ist hier mit, äh, gefällt mir und Abo. Ja, jetzt kommt der ganz normale Rest nach einem YouTube-Video. Und damit ist dieses erste Video, was ist rum? Von Wagemut-Nikolas Krüger zu Ende. Am Ende für mich sehr emotional, weil viele, viele nicht korrekte Aussagen und nur rudimentär beleuchtet. Das gesamte Thema zu Anfang, gut, am Ende viel zu allgemein und viel zu schnell abgehakt, aber Aufmerksamkeitsspanne YouTube verstanden. Deshalb gehe ich da auch nicht weiter drauf ein. Wir wollen ja das Faktische beurteilen. Habe ich hiermit getan. Und wenn euch das Video gefallen hat, genau wie bei Nikolas gerade, macht unten das Rote weg, sprich Abo anschalten und, wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne auf die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns gerne wieder beim nächsten Video hier auf Drinklink. Danke euch, euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Und dann sehen wir uns gerne auf die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns gerne auf die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns gerne auf die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns gerne auf die Glocke klicken. Vielen Dank.